Shalom und herzlich Willkommen zurück zu Goodbye the Punya. Gut, hier steh ich nun nicht. Armator. Bin so schlauer als wie zuvor. Genau. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ganz schön glipschig meine Schraubstöcke. Genau, die sind bunt. Ich bleibe lieber in Deckung. Ich bleibe lieber in Deckung. Was kann ich machen mit diesem dämlichen Oppenbeust? Entschuldigung. Jo, ähm... Ich find das Klo immer noch so lustig. Ach, das dauert ja Stunden. Was nicht heißt, dass ich ihm die Geschichte mit der Zeitmaschine abnehme. Ach, schöne Sache für sich. Besetzt. Ach komm schon. Du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Und ob ich das kann? Ich habe eine Zeitmaschine. Hm. Vielleicht kann man es ja ein bisschen verschnellern, aber wie. Vielleicht können wir ein bisschen Staub einpusten. Mit diesem Krempel kann man sich nicht mal mehr den Hintern abwischen. Ich meine, ich weiß, es ist eklig, aber... Hehehehe. Ja. Ein wunderbarer Einfall. Aber sollte ich wirklich eine so teure Freundschaft für einen derart billigen Gag aufs Spiel setzen? Na klar sollte ich. Hier. Damit geht's bestimmt. Bist du noch bei Trost? Wie sollte ich das denn jemals runterspülen? Mann. Du kommst wohl aus dem Jura. Zumindest hast du den Humor eines Juristen. Jo. Kopfkissenbezug. Hier. Damit geht's bestimmt. Hm. Möglich. Aber nur wenn du versprichst, das anschließend für mich in die Wäscherei zu bringen. Hm. Ich glaube, ich finde noch was Besseres. Ich wäre ja mit Arbeit verbunden. Hm. Ähm. Geld in Hinterpapier abwischen. Ach. 1, 2, 3. Mit Papier Geld in Hinterner abwischen. Hier. Damit geht's bestimmt. Oh. Das ist aber weich. Was? Danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier. Nimm das. Was ist das? Kein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut. Endzeitmensch. Halt. Stopp. Verdammte Kiste. Er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Okay. Hm. Da haben wir auch diese wunderschöne Geräuschkulisse. Mein Gott, wovon hat er eigentlich geredet? Da ist doch noch Toilettenpapier vierlagig mit Luftpolster. What? Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apotheken-Umschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Shop. Und die war immerhin in Blindenschrift. Hehehe. Mach einfach mal. Schott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Hm. Ich befürchte, es ist das Leck hier hinten. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Was soll ich machen? Wirklich? Den Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Okay. Oh. Eine Münze. Wir haben noch unten diesen hässlichen Pastetenautomaten, der einfach nur Münzgeld akzeptiert. Toll, eine Münze. Ich dachte immer, das 5-Sloty-Stück wurde schon aus dem Verkehr gezogen, weil es in keinen Automaten passte. Und Narben hinterließ, wenn Kleinkinder es sich in die Nase steckten. Hoffentlich ist das nicht zu wörtlich gemacht. Verdammt. Die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Oh ja, klar. Vielleicht... Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Ja. Wir müssen mit dem Wasser ein bisschen was abschneiden. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Warum nicht? So was ist in Hotels immer gratis. Genau wie Seife, Bademäntel und die Batterien aus der Fernbedienung. Quasi. Warte mal, wir haben noch raues Toilettenpapier. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die A und Diva immer. Vielleicht. So dumm es auch klingt, aber hey, bei Deponia muss man dumm denken. Können wir die mit seinem Schleifen. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Das ist wirklich sehr inflationär. Die Münze ist jetzt viel kleiner. Das nenne ich mal wirklich inflationär. Okay, gut. Na endlich. Dieses ganze Geld wechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Was heißt das? Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Na denn. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlebt. Richtig. Ja, klingt gut. So. Dann wollen wir Boso mal die schöne Pastete bringen. Wobei. Er soll sicher anziehen, aber. Warum zieht er sich nicht endlich was an? Er holt sich noch die Schüttelpocke. Und wenn er es nicht tut, hole ich sie ihm halt. Freunde tun sie was füreinander. Hm. Vielleicht. Wenn er will den Anzug ja nicht anziehen. Warum auch immer. Hier. Ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber. Naja. Was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja. Eigentlich warst du das. Ach herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon. Schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und. Bah. Vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole. Vielleicht soll aber die Pastete noch ein kleines bisschen verfeinern. Dann noch ein bisschen Pfeffer. Hey, ich sag dir immer mal ein bisschen Pfeffer. Man kann nie genug Pfeffer haben. Stimmt. Hey. Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Ja. Ein bisschen Pfeffer. Ich sollte vielleicht kurz Augen machen. Das ist doch eigentlich... Das ist zwar langweilig, aber... Na gut. Upsi. Da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Lecker. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha. Fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Gut, jetzt haben wir die... Pfff. 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 Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das ist richtig. Nehmen wir mal ein Schuppen. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Vielleicht ist sie auch schon fertig. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete. Wow. Das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Hm. Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Hm. Aber was fehlt denn daran noch? Auf den ersten Blick sieht das nach einer Bombenidee aus. Halt im Inventar. Aber... Ich sollte keine voreiligen Schlüssel ziehen. Äh, ja. Ein schönes Wortspiel. Mh, hm, 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 hm. Wollen wir mal schon Shampoo rein? Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Ich glaube schon. Pastete. Bei Belegen einer Pastete sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Erneut sind es allein die Limitierungen des menschlichen Verdauungsdaktes, die meiner kulinarischen Neugierde die Flügel stutzen. Äh, ja. Bei Belegen einer Pastete erneut? Hm. Zahncreme haben wir schon auf. Bei Belegen einer Pastete erneut? Ich mach mal bloß noch so aufgelöst. Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr Platz. Mh, ja. Stimmt. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Was fehlt denn daran jetzt noch? Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Du, Doc. Das ist vielleicht eine interessante Formation für den Doc. Klites steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Gohl. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Nicht gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise tretti, leise tretto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen. Der Sonnrechts. Hey! Ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus. Vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasma-di-das-ma-di-dings? Und ich werde euch ein Plasma-di-das-ma-di-dings besorgen. Aber... Ihr wollt doch nicht, dass Klites euch hört, oder? Äh... Was soll ich noch gleich besorgen? Ähm... Hab doch nur Spaß gemacht. Ich soll natürlich ein Plasma-Austausch-fluppidi-wupp-Mammut-Fell-Relais besorgen. Für wie dumm hältst du mich? Schwer zu sagen. Es kommen ständig neue Fakten hinzu. Auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht einer... 13.000. Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du... Ein Plasma-Austausch-fluppidi-wupp-Mammut-Fell-Relais besorgen würdest, nicht wahr? Äh... Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ja. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profi-Mission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Da ist was dran. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ich rette dich. Und dann... geht's ab nach Elysium. Ein schönes Geräusch. Hey! Das ist doch Mama-Spezial-Shampoo. Gib das sofort zurück. Jetzt, da mein Kutter kaputt ist, ist es das Wertvollste, was ich noch besitze. Und was ist mit unserer Freundschaft? Freundschaft? Du hast mir meine letzten Habseligkeiten geklaut. Wirkliche Freunde teilen doch alles miteinander. Hm, ja. Hey, Doc! Du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bitte beschäftigt. Also echt mal. Was könnte denn bei dieser Deven-Pastete noch fehlen? Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption. Und kleine Bläschen am Mundwinkel. Mhm. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Wann ist mein Lax-Kaus fertig? Ich sterbe vor Hunger. Warten Sie damit bitte doch. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Verwählt. Kein Problem. Wir müssen uns doch irgendwie schaffen, die Uhr vorzudrehen. Schau mal. Ich glaube... Schraubenschlüssel selber kriegen wir wahrscheinlich nicht von... Doch. Aber der Drittelschrauber. Vielleicht kriege ich ihn ja irgendwie... Ein Drittelschrauber? Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an. Weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Ja, nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte, Finger weg. Ist ja schon gut. Was könnten wir dem Dritteln stattdessen geben? Nichts da, Rufus. Ich brauche und ich brauche. Ich sag, ist ja schon gut. Okay. Vielleicht mit dem Messer verdauern. Nichts da, Rufus. Ich brauche und ich brauche. Ich sag, ist ja schon gut. Ach. Das würde ich noch nicht als Schuppen... Hierfür brauche ich lediglich meine Finger... Und meine herausragenden Social Skills im Umgang mit Fachpersonal. Ich dachte, ich könnte vielleicht was von den Sachen, die so ein bisschen so diese... Bläschen am Mund bedeuten. Hierfür... Und meine... Aber nein. Dem ist nicht so. Ich würde ja gerne diese unglaublich schöne... animierte Pastete... Hose geben. Was hast du da? Etwas zu essen. Eine Pastete? Oha! Ich werd so reich laut wie bei den... Ich sag doch... Fettes mit etwas passt. Also ist... Hm. Sie ist noch nicht ganz fertig. Was bedeutet denn, sie ist noch nicht ganz fertig? Hehe. Ja. Das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Hm. Diese Situation richtiger... Ich meine... Das ist zwar langweilig... Upsi! Da hat wohl jemand vergessen. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Maden? Dieser Plan könnte zwar... Aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano! Ob das jetzt wieder so einer dieser... Unterschwelligen Hinweise war? Laut verfalzt voraus... Kein... Hä? Bist du am Fass? Nein. Aber man sollte niemals mit vollem Magen schwimmen gehen. Schwimmen? Was habt ihr vor? Nun, es ist... In einer Wäscherei. Ja. Zu dumm, dass es hier kein Hotelpool gibt. Hm. Hehe. Ja. Das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gill. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer Hintergründen... Hm. Sonst gibt's ja hinsweiter. Und an die Tarantel komme ich ja nicht rein. Hm. Jetzt ist es leer. Ja. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Eieiei. Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Yay. Nein. Aha. Das kann man ja überhaupt nicht... Der leckt's auch. Hm. Der Pelikan lässt mich nicht in den Fischabfällen wühlen. Dabei stochert er selbst nur so halbherzig darin herum. Der hat doch gar keinen Appetit. Das seh ich doch. Darf ich mal kurz? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Hm. Das scheint ihm nicht zu kombinieren. Was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Okay. Gut. Ein bisschen würze. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Ups. Okay. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Muss ich auch so ein Hähnchen versuchen. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Der Pelikan da drüben? Was ist denn das da? Ist das ein Schnabeltierei? Ey, ich hab ein Schnabeltierei gefunden! Cool. Okay. Gute Sache auf jeden Fall. Einige meiner hausgemachten Salzmakrelen schwimmen noch im dehnbaren Hautsack an seinen Unterschnabeln. Mhhh, dann sehen die lecker aus. Dann bedienen wir uns doch mal. Darf ich mal kurz? Oder auch nicht. Die Pelikan-Fütterungszeit ist vorbei. Als nächstes schaue ich mir die Pinguin-Show im Delfinarium an. Das ist auch eine geile Idee. Ich bin zwar gegen... Nein, ich bin eigentlich für Gewalt. Nur nicht gegen... Nein, warte mal. Das stelle ich raus. Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leib zufüllen. Also sowas. No animals will be harmed during the production of Tiponia 3. Da können wir das Ganze ein bisschen Schampel geben. Wollen wir tauschen? Fisch gegen... Gut, dann geben nicht. Fleisch, die Zahncreme. Wer keine Zähne hat, der braucht auch keine Zahncreme. Aber apropos, ein Mundwasser wäre nicht übel. Vielleicht... Ja! Damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber wie soll ich dann jemals an den Fisch rankommen? Auch wieder warm. Mit Kopfkissen mit dem Todes. Ja! Damit können... Aber wie soll ich dann... Nicht! Da hängt ein Handgeschrieben. Mein Lieb. Ich hab's in... Nee, ich übersprich mal ganz kurz. Weil, haben wir alle schon gehört, gesehen, gelesen. So, du hast jetzt Pause, Schiebvogel. Das kommt davon, Dummschnabel. Wäre auch von zweit. Hüch, glübschig. Yay, ich habe einen Fisch und der kommt gleich auf die Passkette. Fische sind noch nutzloser als Väter, die ihren Söhnen Aquarien schenken. Wohl diesen ein Affe vielmehr zusagen würde. Das würde ich doch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. nicht das würde ich noch nicht noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein meine hand riecht jetzt noch nach fisch moment das sind meine füße so viel zeit muss sein das wird dem großmaul eine leere sein mindestens ich meine frisch ist eh schon tot also mal gucken ob ich ihn lecker zubereiten kann der bestand ja komplett aus faulgasen jetzt sind nur noch die schuppen übrig großartig da hat man schon mal schuppen und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen das würde ich noch nicht als schuppen problem das würde ich noch nicht aber schuppen und ich habe eine idee ich habe eine idee und ihr müsst bis zur nächsten folge war tut mir leid bis dahin